Musik Jo, servus Leute, hier ist der Killpro hier einmal wieder zum neunten Video. Ja Jungs, ich weiß, bei der Triple Week kamen 6 Videos, warum werde ich euch im nächsten Video erklären. Aber Jungs, heute, also ich fange jetzt einmal so an, ich war gestern mit TZ im Skype Call Jungs, ohne Scheiß. Und dann war ja so auf Chatroulette unterwegs, ich glaube jeder weiß, was Chatroulette ist, wer nicht. Wer es nicht weiß, besteht halt aus 90% von Aufmerksamkeit zu Hunden. Gestalten, sage ich jetzt mal, die sich einen drunter holen und einfach nur eine viele Ader haben, sage ich jetzt mal an die männlichen Personen. Und dann gab es auch so eine, die hat diese getroffen, das war so ein Mädel. Also ich denke jetzt nicht, dass es ein Fake war, sie hat so ein Stammbild drin gehabt, aber warum, werdet ihr nachher sehen, warum ich halt glaube, dass es kein Fake war. Aber auch wenn es ein Fake war, Jungs, so Mädchen oder Jungs generell, gibt es halt heutzutage echt, auch auf der Straße, alles mögliche. Aber im Internet ist es natürlich leichter, so Leute zu finden. Auf jeden Fall haben wir die dann so in Skype Call holen wollen, aber die waren noch im Chat. Ich wusste halt gleich, weil sie auch in ihrer Chatroulette-Bio stehen hatte, Hashtag Twerk, die Stars und das war eine Hure. Das kann ich euch so sagen, weil es so ist. Auf jeden Fall habe ich da dann so geschrieben, schickst du Pics, die Stars, bezahlt auch und so Jungs vornherein. Ich habe einen richtigen Hass gegen Schlamm, gegen alles, was das weibliche Individuum irgendwie abwertet. Und ja, wie gesagt, ich sage auch zu so Leuten, nicht Frauen, weil für mich sind das einfach nur irgendwelche Gestalten. Und eine Frau hat für mich einen Anstand und so viel dazu, damit ihr euch jetzt nicht wundert, warum ich das gefragt habe, die Stars. Ich will die Leute am Ende einfach richtig fertig machen und ihnen ins Gewissen reden. Das habe ich schon oft geschafft. Müssten wir es nicht glauben, aber ich habe das schon geschafft und keine Ahnung, ich mache sowas gerne. Ich weiß nicht warum. Klar hat das auch viel mit Langeweile zu tun, aber ich finde, dass es jetzt nicht schlimmer ist. Es war egal. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich da so geschrieben, ob sie Bilder schickt, die Stars, dann hat sie natürlich am Anfang gleich Nein geschrieben und so weiter. Dann habe ich die nachher dann mal privat angeschrieben, nachdem die halt draußen war, aus dem Chat von der Gruppe. Ich habe das sogar mit meinem Killpro-Account angeschrieben und ganz ehrlich, wen schickt man da ein Pick, aber ihr werdet alles gleich nachher sehen. Und ich habe mir da jetzt ein paar Screens gemacht und ich werde euch das Ganze jetzt mal einblenden und vorlesen. Und ja, wie gesagt, die war auch echt nicht ganz dicht im Kopf. Ihr müsst euch das mal, ich werde euch das jetzt vorlesen und ich glaube, ihr werdet das checken. Also, dass, was ich geschrieben habe, schon, aber dass, was sie schreibt, da blickt man einfach nicht durch. Passt zu ihr, ohne Scheiß. Dann schreibe ich Ja oder Nein wegen dem Pix noch vorher. Dann schreibt sie No. Das war das erste Nein. Ihr müsst mal schauen, wie oft die Nein sagt, okay? Dann schreibe ich Why. Dann sie darum, was machst du auf Chatroulette? Ernsthaft. Was soll ich da machen? Sag ernsthaft. Sie fragt mich, was sie auf Chatroulette macht. Das ist genauso, wie wenn ich Tisi frage. Ja, Tisi, magst du Bananen? Und ich sage dann Ja für Tisi. Behindert. Ohne Scheiß. Beantworte meine Frage. Beantworte meine Frage. Ernsthaft, okay? Dann gebe ich dir, was du willst. Ich schreibe Okay. Das Okay war unnötig von mir, egal. Ich kann doch nicht die Frage beantworten, die ich sie gefragt habe. Wie soll ich denn das machen? Klar, nachher kommt dann, sie meint eigentlich, ich soll ihr sagen, was ich glaube, was sie auf Chatroulette macht. Aber ohne Scheiß. Was ist denn das für eine Konversation? Ohne Scheiß. Antworte doch einfach meine Frage, du Scheiß. Alter. So. Nächster Scream. Sag halt, was du da machst. Suchst du Cox oder was? Gleich straight gefragt. Ohne Scheiß, weil so wild. Na, egal. Bye. Ich habe was gefragt. Du antwortest nicht. Ja, dann stell dir eine Frage doch. Meine Güte, haha. Weil da, wie soll man verstehen, dass die meint, dass ich ihr sagen soll, was ich halt glaube, was sie auf Chatroulette macht. Ohne Scheiß. Was ist das? Chat lesen, wenn du kannst. Ja, habe ich. Aber ich kann deine Frage schlecht beantworten. Haha. Why? Allein schon da sieht man, dass sie voll retarded ist. Ab nochmal. Bist du minder bemittelt oder was ist los bei dir? So, weil ich war da schon irgendwie so wütend ohne Scheiß. Ja, meine Frage war, was ich deiner Meinung nach auf Chatroulette mache. Hat sie nicht gefragt. Aber auch egal. Habe ich ihr geschrieben. Bitte lest du den Chat mal. Weil ich dann geschrieben habe, ja, suchst du Cox oder was? Danach kam, okay, also bye. Sie schreibt ganz Zeit bye, aber sie blockiert mich nicht dies, dass sie schreibt eh weiter mit mir. Ja, du bist so retarded. Komm mal klar. Weiß, was falsch geschrieben ist. Braucht jetzt keiner reinschreiben. Ähm, auch egal. Dann schreibt sie bye. Schon wieder. Mach immer nix. Dann schreibe ich bye. Schick aber pick. Dann schreibt sie so ein Kuss, Smiley und never. Jungs, never, never, never heißt niemals. Davor auch schon nein und so. Wisst ihr, was ich meine? So, dann schreibt sie, schade, Hanni. So ein bisschen zum provozieren und sowas. Dann schreibt sie, wenn du antwortest, dann gebe ich. Aber never, ne? Mir ist langweiliges Fuck zufrieden. Bye, bye. Das dritte Mal, dass sie sich verabschiedet hat, mich noch immer nicht blockiert oder so. Hab doch geantwortet. Was du machst, weiß ich ja nicht, Mädchen. Sehe ich so nötig aus, dass ich dir Titsfotos sende? Was schreibt sie? Ja, wieso willst du nicht? Nob. Schon wieder nein. Ja, jetzt zeig du mir, was du auf Chatroulette machst. Jungs, ich wollte das die ganze Zeit wissen, weil mich interessiert, was in den Köpfen und den Leuten vorgeht. Aber natürlich sagt sie mir das nicht wirklich. Erst nachher. Und das, egal. Sehe ich so aus oder was? Weil ich sie wieder gefragt habe, dass sie das Pick senden soll und so. Dann schreibe ich ihr, hast Angst zu antworten, damit sie mal schreibt, was sie auf Chatroulette macht. Block. Safe? Yes. Noch immer nicht geblockt. Läuft bei dir. Komm mal, call. Als ob, wenn du der Normale bist, dann kommst du mal rein. Muss mal, muss mal was sagen. Und wenn ich keine Normale bin? Bei dir in Call gekommen, Jungs, ich schwöre euch, ich hätte die so angeschissen. Das glaubt ihr nicht. Am liebsten hätte ich die echt angeschissen. So wichtig auf den Kopf und Pfiff. Ohne Scheiße, Jungs. So. So, jetzt kommt's, Jungs, Alter. Dann kannst du doch Pick senden. Ah, keine News. Sehe ich so aus? Warum sollst du denn nicht normal sein? Frage ich sie. Ob ich so aussehe wie eine Nutte? Hm? Und dann, Jungs, sendet die mir einfach ein fucking Bild. Du Scheiß, verdammte Hure. Tut mir leid, dass ich das sage, Jungs. Jedes Mädchen, das irgendwie sowas macht, so wie ihr den Chat gerade seht, verfluchte Huchen. Ohne Scheiß. Wie so, Leute, gibt's einfach nichts anderes zu sagen. Ihr seid keine. Ihr werdet nie Frauen sein. Ohne Scheiß jetzt. Schickt die mir einfach ein Bild. Einfach so. Schreibt aber hunderttausendmal Nein. Und Jungs, es kommt noch besser. Dann frage ich sie nochmal und nochmal die Frage, was machst du auf Chatread? Suche Meinungen. Für was? Für alles. Ist doch lächerlich, auf einer Seite von Fremden, auf so einer Seite von Fremden Meinungen zu suchen. Was hast du davon? Jungs, die Antwort drauf war. Okay. Dann schreibe ich nix. Okay. Dann schreibt sie wieder. Okay. Und das Bild hättest du dir sparen können. Und dann habe ich noch was geschrieben, wo es stolz geblieben ist. Dies, das. Und dann war sie auf einmal offline. Und ich nehme mal an, dass sie mich blockiert hat. Und ohne Scheiß, warum gibt es in dieser fucking Gesellschaft solche hässlichen Menschen, hässlich in dem Sinn charaktermäßig, dies, das, warum, warum zur Hölle? Ohne Scheiß, ich würde dir am liebsten irgendwie, keine Ahnung, in die Hölle stoßen. Ohne Scheiß. Das, dass man sich selber die ganze Zeit was vormacht. Und so sind einfach so viele Heutzutage, jetzt nicht nur mit dem Bildersenden generell. Weil alle oberflächlich sind als fuck. Einfach nur Aufmerksamkeit suchen. Seid doch einfach normal. Ohne Scheiß, Alter. Für das seid ihr sicher nicht erschaffen worden, dass ihr irgendwie so eine Scheiße abzieht. Ohne Witz. Bin fucking done und mich regt sowas richtig auf. Mit so Leuten. Ich kenne so viele solche Leute und ich will mit denen nichts zu tun haben, weil sowas mich einfach abfuckt. Ohne Scheiß. Genauso wie bei den Männern, Alter. So obercoole Leute, Alter. Ich vergesse, wie ist das, Alter. Ihr seid alles Opfer. Hallo. Opfer. Opfer. Richtet eurem Freund aus, wenn ihr solche kennt. Der Killpro hat gesagt, ihr seid alle Opfer, Alter. Könnt ihr mir gerne vorbeischicken, ne? Ohne Scheiß, Alter. Ich kring so Leute richtig auf. Und ja, das Video geht jetzt schon fast 10 Minuten. Jungs, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was ihr von solchen Gestalten hält. Ohne Scheiß. Das ist so unmenschlich und so räudig einfach nur. Ja. Wie gesagt, Jungs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Ja, ein Like vielleicht. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Video. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Video. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Video. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Video.